Moin seht ihr Füchser da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Legend of Zelda Twilight Princess HD. Wir befinden uns aktuell in der Folterkammer, haben uns jetzt ganz wunderbar bis zum Ende durchgearbeitet, stehen vor der Endgegnertür und müssen eigentlich nur noch mit einem kleinen Trick und mit Hilfe des Kopierstabes gerade das gute Wesen hier einmal von dem Schalter bringt. Das heißt, wir können zum Endgegnertürchen hin. So, und dann erwartet uns auch der nächste Dungeon-Boss. Mal sehen, ob hier so klischee-mäßig, wie sich das gehört, eine Fee ist da selbstverständlich. Hallo, ich bin leider schon voll, also brauche keine mehr, aber freue mich trotzdem. Hier würde ich sagen, wir wollen doch munter und mutig direkt loslegen und uns dran machen, um zu schauen, was uns erwartet. Ich habe keine Ahnung mehr, muss ich gestehen. Ich habe keine Ahnung, was das Sturmgegner ist und was man machen muss. Ob das Dungeon-Item, also normalerweise wird das Dungeon-Item ja immer auch irgendwie eingebaut. Müsste also ja irgendwie Verwendung finden. Schauen wir mal. Und ich versuche mal heute schlau zu sein und diesmal direkt nach Ende des Dungeons auch mal mein Fazit dazu abzugeben. Ich schaffe das ja meistens nicht, weil ich es vergesse. Aber ich bin diesmal zuversichtlich. Okay, es gibt schon mal große Figuren. Das bedeutet, wir werden da auf jeden Fall vermutlich... Oh, das sieht doch Goma-like aus. Ja, zur Sache, das Auge ist auch vorhanden. Dann ist es bestimmt Goma. Amo Goma. Ja, siehste. Gepanzerte Spinne. Alles klar. So, wir müssen mal schauen. Goma eigentlich... Muss man nur warten, bis sie sich irgendwo positionieren. Dann muss man ins Auge schießen. So. Okay, und jetzt... Ich habe schon so eine Ahnung. Okay, das ist ja relativ easy. Also, Goma von der Decke schießen. Mal sehen, ob sie jetzt wieder hochkrabbelt. Müsste sie wahrscheinlich tun. Goma wird sich immer irgendwo bei einem so einem Lichtstrahl positionieren. Dann schießen wir ihr ins Auge. Ich hoffe, sie macht das jetzt auch wieder. Und tauen mit einer Statue drauf. Oh, nein. Es gibt noch wer. Also, sie macht noch was anderes. Bäh. Sie legt kleine Eier ab. Herrlich. Ah, das sind diese Viecher. Na, wunderbar. Wo ist sie denn jetzt? Inzwischen. Müssen wir ein bisschen aufpassen. Oh, ist das wieder so weit? Ist das wieder so weit? Oh. Oh, scheiße. Okay, das hat geklappt. Okay, okay, okay. Okay, ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Warte, warte, warte. Bum. Okay, so weit, so gut. Die Viecher sind ganz gut, weil die uns an sich, wenn man sie denn mal trifft, ordentlich Herzen organisieren hat. Das lohnt sich durchaus. Ich kann hier gut Herzen einsammeln. Kackt die jetzt wieder oder gehst du doch wieder, also gehst du wieder in Eilegeposition? Ist okay. Möglichst bevor die schlüpfen, ansonsten, nachdem sie geschlüpft sind, am besten, also ich persönlich komme am besten damit klar, sie mit dem Haken da anzuvisieren. Wo ist das Vieh? Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Oh, dass ich mich immer treffen lasse. So. Und schnell dahin eilen. Okay. Und draufhauen. Jawoll. Ach, siehst du, das war schon. Alle guten Dinge sind wie immer drei. Typische, typische Zelda-Formel. Sieht auch echt unglücklich aus. Hat sich vor Schmerzen zusammengekommen. Tut mir leid, Goma, aber du hast angefangen. Hä? Oh. Okay, scheint noch nicht zu Ende zu sein. Hm. Der Augapfel selbst ist auch eine Spinne. Okay, ich will einfach mal darauf schießen. Scheiße, Mann. Hat funktioniert. Ah, der Rest stirbt dann gleich mit. Sehr gut, sehr gut. Musste man sogar noch mal ein bisschen für seine Herzzel arbeiten. Und der nächste Spiegel, bzw. die nächste Spiegelscherbe, ist in unseren Pfötchen. Also gut, wir haben jetzt drei Spiegel-Scherben. Fehlt nur noch eine. Jo, eine letzte bleibt noch offen. Didel, didel, didel. Blaufuchs. Du hast doch diesen Monster gesehen, oder? Die böse Kraft, die in diesem Scherben steckt, ist immens gefährlich. Ja, das sieht man, ne? Kann sein, dass wir da etwas ziemlich Schreckliches sammeln. Vielleicht müssen wir am Ende die Welt auch von diesem Übel befreien. Ja, ohne den dicken Endkampf gegen das Üble, wäre ich auch traurig. Also, Blaufuchs, beeilen wir uns mit der Suche. Jetzt müssen wir noch diese Stadt in den Wolken finden. Dieses Kumula, wo die letzte Scherbe sein soll. Ja, warte, bevor ich dir da hinterher springe. Herz Container erhalten. Die Zahl deiner Herzen steigt um eins. Außerdem wird deine Gesundheit wiederhergestellt. Bam, 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 ausgezeichnet. So, dann lass uns doch mal da rein, ne? Ich kann dich von hier wegbringen, aber bist du auch sicher, dass du nichts vergessen hast? Du bist auf eine Geisterseele, hab ich alles, ne? So, daran denken. Fazit abgeben. Fazit abgeben. Machen wir jetzt direkt. Fazit abgeben. Also, Fazit zum Tempel, äh, meiner Meinung nach einer, auch einer der Besseren. Mir hat das sehr gut gefallen, dass man sich erst einmal durch den Tempel durch, äh, rätselt sozusagen, um dann am Ende den Kopierstab zu finden und damit diese riesige Statue steuern zu können und dann quasi den gleichen Weg einfach nochmal wieder zurückgeht, aber halt quelllastmäßig alles kaputt hauen kann und die Rätsel sich leicht ändern, weil man ja dann auf einmal die, ähm, Statue mit, sich, mitschleppen muss. Also, spielt bei mir auf jeden Fall relativ weit vorne. War einer der Besseren Tempel. Hat mir sehr gut gefallen. Auch der Endboss fand ich ganz gut, war ganz lustig gemacht. Vielleicht ein bisschen zu einfach, wenn man gleich wusste. Na gut, man, als Zelda-Veteran weiß man, was man machen muss. Aber hat mir gefallen, mal in der, im, im, in der Zeit sozusagen zu sein. Mal ein, als das, als Tempel, ist auch mal was Neues, weil sonst kennt man es halt nur, also bis jetzt kannte ich es halt nur durch Ocarina of Time als, äh, das Portal quasi durch die Zeit. Aber als konkreten Tempel hab ich's noch nicht erlebt. Hat mir auch sehr gut gefallen. Also, durchaus einer der Besseren. Hat jetzt selbst so keine Geschichte erzählt, ähm, war aber trotzdem dennoch sehr spaßig, sehr gut und auch nicht zu kompliziert, nicht frustrierend oder sowas. Auch nicht zu lang. Alles eigentlich toppi, toppi. Hat mir gefallen. So, jetzt, äh, gehen wir zunächst einmal wieder zurück. Hier hinaus. So, kann ich euch jetzt eigentlich bewegen? Geht das? Ne, die nicht. Aber es gibt einiges, was wir mit dem Kopierstab jetzt machen können. Können wir die bewegen? Guck, das müsste nämlich gehen. Lips, da seht ihr. Wir können jetzt einiges bewegen und tun und machen. Abbrechen. Ist dahinter denn jetzt was? Mal sehen. Ah, es geht hier auf jeden Fall in einen kleinen, geheimen, versteckten Raum. Und es ist uns damit jetzt auf jeden Fall möglich, einiges an weiteren Herzzeilen zu organisieren. Da geht jetzt schon ein bisschen was. Das kann ich euch sagen. Also wir können im Grunde jetzt erstmal wieder loslegen und Herzzeilen. Damit zumindest ein Herz sollten wir locker vollkriegen. Ich denke, das ist auch das Nächste, was wir machen. Wir holen uns erstmal kurz Info, wie es weitergeht. Dann wollte ich einmal, äh, in Hyrule Stadt auch noch bei dem Goldmenschen vorbeischauen und gucken, weil wir haben doch einiges an Geisterseilen inzwischen gesammelt. Das müssten eigentlich schon 20 sein. Und gucken, dass wir uns da noch was abholen an Belohnung. Ich weiß gar nicht, was es gibt. Ach, gucke mal. Oh, warte, warte, warte. Moin. Na? Na, komm her. Na, komm her. Ja, geil. Du kannst dich doch hier nicht in der Wand verstecken. Das ist aber nicht sonderlich nepp. Du hast 20... Es waren genau 20 ausgezeichnet. Ja, damit hätten wir das auch abgeschlossen. Damit ist auch meine Frage beantwortet. Es sind jetzt genau 20. Dann können wir ja loslegen. Sehr schön. Gut. Machen wir das erstmal. Ich muss gleich mal nebenbei auf meine Webseite gehen und nach Herzzeilen gucken. Bab, 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 bab. Dem ist so eine schöne Übersicht. War auswendig, weiß ich das wirklich nicht. Da habe ich auch kein Problem mit nachzugucken. Stört mich persönlich jetzt nicht. Gute Arbeit, mein Freund. Wir haben gefunden, was wir gesucht haben. Es ist der Kopierstab, den du im Schrein gefunden hast. Aber das Ding ist schon ziemlich alt. Wahrscheinlich hat es seine magische Kraft inzwischen verloren. Ach, was soll ich nur tun? Dabei dachte ich, wir könnten endlich in die Wolken zurückkehren. Hätte ich nur den Zauberspruch nicht vergessen, mit dem man die Magie des Stabs wieder erwecken könnte, da kann man wohl nichts machen. Vielleicht sollte ich zunächst die Statue suchen, die auf den Kopierstab reagiert. Also, so gut, so werde ich es machen. Also dann, ich bin schon auf dem Weg. Bis bald. Ja, geh mal gucken, ne? Oh, was hat die denn jetzt mit dem Kopierstab gemacht? Die ist weg. Schätze, dieses blöde Teil ist nur ein weiteres nutzloses Item in unserem Gepäck. Aber viel wichtiger ist, was sollen wir als nächstes tun? Hm, hat sie gerade gesagt, sie will zurück in die Wolken? Die letzte Spiegelstab ist doch auch in den Wolken. Wenn man es schaffen würde, diesen Kopierstab seine Zauberkraft zurückzugeben, könnte er vielleicht doch zu etwas müßlich sein. Genau, das ist die nächste Mission, ne? Kopierstab seine Kraft zurückgeben. So, aber, bevor wir das machen, ich gucke jetzt mal kurz, warte mal, einmal zurück. Ich gucke mal eben hier nebenbei nach Herzzeilen. Wo ist denn die Herzzeilenliste? Lüü, Twilight Princess. Wenn ihr euch nicht wundert, warum jetzt hier nichts passiert. Ich muss gerade mal, ne, Mordi, ich muss es tun. Herzteile, 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 Endgegner. Alle 60 Geisterseelen, alle 45 Herzteile. Ups, das ist nämlich hier so wunderbar gemacht. Und so schön sortiert nach Herzteil Hülya, sie haben wir alles. Wüstenburg. Angelteich. Wergruine. Wergruine. Zeitschrein. Haben wir uns geholt. Oh, es gibt noch eins im Zeitschrein. Ich glaube, einen haben wir verbaselt auf dem Zeitschrein, so wie es aussieht. Noch ein Herzteil im Zeitschrein. Drei Stück. Also, einen haben wir ja gefunden. Der Umweg auf dem Rückweg zum Haupteingang lohnt sich. Für am südlichen Raum ist in der fünften Etage mit dem Kopierstab. Zwei kleine Statuen in Richtung. Ach, siehste. Der eine Raum, wo ich euch auch noch erzählt habe, da müssen wir dran denken. Da müssen wir nachher wieder zurück. Da gibt es auch noch eins. Aber ich gucke mal kurz. Das könnten wir uns wohl noch holen. Den können wir uns wohl noch holen. Ihr erinnert euch noch. Weil da gibt es nämlich noch ein Herzteil. Das sollten wir uns schon durchaus mitholen. Zwei hatten wir, glaube ich. Eine fehlt nämlich noch. Lass uns noch mal auf die Map gucken. Das ist noch nicht die Map des Schreins. Einer dürfte noch fehlen. Und halt die Geisterseele. Aber ich glaube, für das Herzteil brauchen wir die Statuen nicht. Insofern können wir uns das eben fix noch holen. Ich würde jetzt nicht wieder den ganzen Tempel nochmal durchlaufen, nur für eine Geisterseele. Zumindest jetzt noch nicht. Ich hatte jetzt nicht unbedingt den 100% Anspruch. Muss gestehen. Aber schauen. Und das sollten wir noch machen. Herzteile sind auf jeden Fall sinnvoll. Das sollten wir uns noch eben holen. So, lass mich doch nochmal auf die Map gucken. Map, 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 Map. Map, 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 Map. Hier ist keine Kiste mehr, keine Kiste mehr, keine Kiste mehr, keine Kiste mehr. Eine Kiste. Das ist nur diese eine. Das wird die sein. Muss die sein. Da, da sieht man auch. Da unten sind diese zwei Streifen. Boah, dann müssen wir da nur erstmal wieder hinfinden. Wo war denn das? Das war in dem mittleren Raum. Oh, so ein Stück müssen wir gehen. Das ist natürlich jetzt echt ärgerlich. Aber das müssen wir mitnehmen. Herzteil ist wichtig. Das muss schon sein. Steht die Statue eigentlich jetzt fest hier? Die steht jetzt fest hier. Es muss also eigentlich noch einen anderen Weg zu dieser Geisterseele geben. Es muss einen geben. Weil ich kann ja die Statue jetzt nicht wieder zurückholen. Aber geht ja nicht. Oder kann ich die wieder laufen lassen? Mal sehen. Ne, die ist ja jetzt fest. Also muss es eigentlich noch einen anderen Weg zu dieser Geisterseele geben. Einen anderen muss es noch geben. Ich bin hier skeptisch, macht mich das. So, warte. Jetzt aber erstmal hier lang. Wir müssen wieder in den Raum mit dieser drehenden Plattform. Da war das. Oh, dich ignorier dich mal. Die ignorier dich auch. Ich hab keinen Bock auf euch. Tschüss, 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 Tzipowski. Ich hab ja auch alles kaputtgekloppt. Ah, süß. Schön, dass ihr auch wieder da seid. Warte, 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 warte. Müsst ihr jetzt ja eigentlich so da durchkommen? Na, komm her, du. Hoppala. Na, komm her. Schau mal lieber ab. So, damit haben wir das. Dann einmal mit dem Stab uns diese Figur runterholen. So, dann mit dem Stab uns noch diese Figur runterholen. Hoppala. Komm her. Wir machen das ganz schnell. Hab ich das echt vergessen. Hab ich auch noch gesagt, ich muss dran denken. Aber, wie das so ist, ne? Zack, voll verbaselt. Komm her. So, ist auch gleich schon der nächste Raum. Also insofern, so viel Umweg war das jetzt nicht. Batz. Einmal bitte hier durch. Alles, was fliegt und kreucht, ignorieren. Tschüss, tschüss, tschüss. Keine Zeit vor euch, keine Zeit. So. Guck mal gucken. Hat sich noch irgendwas zu bewegen, ey? Keine Zeit für euch. Vielleicht ist noch in dem Ding drin ein Schalter. Ja, da ist innen drin ein Schalter. Ah, wir kommen doch noch an den Geist. Na, siehst du, dann haben wir auch den Geist noch. Dann hat sich's doch genut. Dann hat sich's doch genut. So, und zwar müssen wir nichts anderes machen als... Ah, da ist ja noch einer. Hi. Ich find die ja echt schnuckelig, ne? Also, Bildchen geht noch raus. Ich brauch dringend ein Bild mit meinem Blaufuchs und so einem Fien. Keine Ahnung. Entweder halten die sich ein Abo oder sowas als dicke Bros oder so. Weil ich find die cool. Oder halt in einem erwiderten Kampf oder sowas. Ich weiß das nicht. So, das ist nämlich nur... Seht ihr, und schon haben wir das nämlich auch. Dann wär ich doch mal gucken gegangen. So, na, komm und rando. Komm und rando. Und Fangstörner ist. Und... Damit wäre diese Geisterseele auch eingesammelt. Auf dem Ausrüstungsbildschirm kann ich das sehen. Wie viel hab ich denn jetzt? Ich dachte, das wären schon 20. 21, doch. Also, es sind tatsächlich 21. Bedeutet, wir können jetzt dann mal... ...zu dem guten... ...beißen, beißen, 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 beißen. Oh, wir sind schon ein bisschen langsam gewesen. So, war das jetzt... Ich glaub, es war... War das hier drin? Sag mal. Ne. Andere Seite. Einmal auf die andere Seite rüber. Wie kamen wir denn da rüber? Ich weiß schon gar nicht mehr. Einfach rüberlaufen, glaub ich, ne? So einfach kann's sein. Ja. Oh, dann können wir uns da nämlich noch ein Herzchen holen. Ach, scheiße. So einfach war's doch nicht. Oh, und die Figuren noch. Einmal dich. Jetzt warte ich, bis der hier vorbeigefahren ist. So. Dup, 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 dup. Und dann die von unten. Bababababa. Oh, komm, setzt sich da hin. Ich kann gleich mal versuchen, ob wir aus dem... Oh, scheiße. Ich dachte, ich würde weit genug wegstehen. Ich kann mal gucken, ob wir aus dem Dungeon rauswappen können. Aber ich glaub, das geht nicht. Das wäre natürlich, das würde uns den Rückweg einfacher gestalten. So, einmal unten, bitte. Ich muss mir da gerade noch mal eine Figur holen. Oh, scheiße. Gibt es hier oben vielleicht auch eine? Ne. Falsche Richtung. Bitte nach unten. Lillelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele so schnell das ding hier aufgelegt und wieder herzlichen glückwunsch hat wenigstens funktioniert und wieder nach oben gefahren so klau die datei schon mal und dann geht das los wir werden gleich einen wegkriegen ich glaube es holt uns glaube ich nicht ein das holt uns glaube ich nicht ein dich an oder rauf nach oben fahren und gezeigt dann können wir uns nämlich jetzt hier noch das herzteil holen muss auch sein hier war das schon immer so viele richtig haarige beine wieder weg haben wir müssen kurz den haaren ausmachen nerviges nervbäuschen wie so ihr wisst was das bedeutet wir machen kurz in den break im nächsten part werden uns eben schon schnell das herzteil holen dann verlassen wir auf den dann schon wieder gehen dann noch ein bisschen auf herzteiljagd und danach geht es auch schon direkt mit dem nächsten dann weiter ich bleibe mich erstmal bei euch fürs zusehen hoffe ihr habt uns soweit ein bisschen spaß wenn euch das ganze gefallen oder nicht gefallen hat lasst uns bei den däumen da kommentare und feedback natürlich wie immer gerne unter dem video posten ansonsten sehen wir uns gleich im nächsten part wieder bis dahin viel spaß beim zocken tschüss euer blaufuchs